Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es darum, dass, wie ihr vielleicht schon sehen könnt, ich umgebaut habe und wir jetzt wieder zweigleisig fahren können mit zwei verschiedenen Trafos und dann zeige ich einmal die Anlage. Hier sind die gewohnten A3, hier sind dann die A1, dann hier ist die Nebenstrecke, drüben ist die Hauptstrecke, hier ist das Absteckgläs von der Hauptstrecke, dann ist, wie gewohnt, die Hauptstrecke. Kommt dann da hinten raus und ich habe jetzt den ganzen Arm, sag ich jetzt mal, umgebaut und ich finde, es ist wieder einigermaßen gut geworden. Ich habe noch ein paar Weichen übrig, mal gucken, was ich damit noch so mache und so, jetzt gibt es noch ein paar schöne Bilder. Ich sage danke fürs Zuschauen, abonniert den Kanal und übrigens 50 Abospecial ist noch in Bearbeitung, kommt auch bald und dann sage ich schon mal Tschüss. Und übrigens, falls ihr euch noch wundert, warum so wenig Waggons da sind, hier sind noch ein paar und die anderen sind, ich kann es mal zeigen, hier die vier Verpackungen sind voll mit Waggons, habe ich jetzt eingepackt und viel besser so, mehr Platz, sieht auch übersichtlicher aus und ja, wie gesagt, dann kommen jetzt die Aufnahmen. Und dann kommen jetzt die Aufnahmen. Okay.